Ich dachte schon, es kommt noch jemand, mit den Händen zu beißen. Ich helfe gern. Wer will ein paar Ems bekämpfen? Dann helfen wir den Wookies mal zurück in den Kampf. Gute Arbeit, Jedi. Okay, gute Arbeit, Jedi. Versteck mich hier. Hat er einfach hier gewartet? Er hat hier so auf mich gewartet und dann... Tadam! Hier ist Johnny. Aber wenn das hier stand, was man abkürzen kann. Das heißt, hier gibt es noch was. Was ich... Tun... Ach, kann ich nicht jetzt tun, weil es Strom braucht, ne? Ach, ich war doch vorhin auf der anderen Seite. Darf ich da doch nicht hin? Da war ich auch. Was ist hier? Das ist das Gefühl, ich übersehe da was. Abkürzung. Das... Wo... Wo sind? Da unten haben wir gekämpft. Und dann sind wir da unten... Drüben... Oh. Das geht nicht. Wir sind zu schwach dafür. Das ist noch rot. Ist ja ekelhaft. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Oh. Das war nicht zum Balancieren gedacht. Ach. Wurde es glauben, weil es waren der Wookie, der es trug, hat es mit einer Mischung aus Freude und Zorn auseinandergerissen, um seine Freiheit zu verkünden. Was zieht denn? Ach, vorhin bin ich da unten hin. Jetzt bin ich hier oben. Okay. Okay. Oh ja. Und da drüben komme ich nicht hin. Weil ich nicht cool genug bin. Ja, ein Versuch war es... Oh. Nein, das wollte ich nicht. Kannst du nochmal runterfallen? Äh, wie war das noch? Ja. Ich hatte gehofft, ich bin wieder hier oben. Ne? Was hier noch abgeht. Wer kam ich hier vorhin an? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wir schauen jetzt mal. Ne, hier kam ich nicht. Ich wünsche wieder Abzweigungen. Mann, Mann, Mann. Oh nein, das waren die, die brennt. Okay. Oh nein, da verlauft man sich doch nur hier nicht. Wo sind wir denn? Das war doch aber wieder... Muss das nicht wieder mit der Anfrau irgendwie? Ne, Mann. Einen Viech dahinter. Das ist der Weg in die Schattenlande? Es muss doch einen Übergang geben. Ja, da kann ich den ganzen Wald absuchen. Gehen wir zurück zu Thor. Okay, aber... Okay, das ist vielleicht was für später. Na, können wir auch noch nicht. Na gut. Na gut. Am ersten Moment dachte ich, wir waren hier schon. Aber scheinbar nicht. Äh. Ja. Dann. Ah, jetzt sind wir oben. Da sind wir runtergerutscht. Und hier können wir wieder... ...huchlaufen. Dann kommen wir... Ach was. Was? Was gibt's hier schon? Lieb's ist es jetzt? Die Operation wird erweitert um Sektor 7. Sie nennen es Schattenlande. Es wimmelt dort von Feinden. Raffinerie-Expansion. Während das Imperium seine Kontrolle über Kashyyyk ausbaut, richtet es sein Augenmerk auf die Schattenlande. Schattenlande, das klingt irgendwie mehr nach Mordor, oder? Okay, jetzt sind wir... ...gehen wir wieder hier lang. Und diesmal schauen wir, wo es noch hingeht. Ohne da wieder runterzurutschen. So. So, und dann geht's hier wieder runter. Genau, und da wollen wir nicht hin. Wir gehen. Oh, was ist denn das wieder für ein Fisch? Ich muss auch ein bisschen mehr leben. Weg, 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 weg. Verzucht, bitte. Mann, Mann, Mann. Oh, da war irgendwas für das Kumpanschluss. Achso, die Kiste. Ach, ein Willer, ein Schneckenwiller. Lick. Angriffe sind langsam, weiche ihnen aus oder laufe davon. Meide toxische Ausscheidungen. Schlück sind große, fleischfressende Gastropoden. Obwohl sie in den meisten klimatischen Zonen zu finden sind, bevorzugen sie kühle und feuchte Gebiete und fühlen sich insbesondere in dichter Vegetation, kleinen Wasserflächen, Höhlen und Felsschwalten wohl. Sie scheiden einen toxischen Schleim aus, den man besser nicht berühren sollte. Okay. Und da wird es irgendwie weislaufen. Bis wir hier auch langgekommen wären. Wahrscheinlich. Und auf jeden Fall dann noch aus. Nein, meine Orientierung ist nicht die beste. Oh, nee, hä? Da waren wir. Das heißt, hier geht es gerade woanders hin. Na gut, na gut. Okay. Also müssen wir erst mal die Story vorlesen. Und zwar, was soll ich da lang? Dass er da nicht runterholt. Aber gut, manchmal ist das auch mal mal runter oder so. Ach so, das Ding. Ach so. Abmarsch. Wir sehen uns. Wir wollten... ...wollten. Was ist die Musik? Wie lange? Okay. Dann wollen wir... Oh, da ist ja was. Okay, dann wollen wir erst mal... ...wird er draufladen oder daneben? Bin ich mal gespannt. Oh nein, also das ist nicht nett. Ja auch. Der Wookie starb an Giftdämpfen. Das Imperium vergiftet den Planeten. Mhm. Doch, super. Vergiftet der Wookie. Ja, das hat er gerade gesagt. Und hepp. Und dass ich das gesehen habe, ich war fast vorbei. Hepp. Aber einfach, indem ich sich nur umgedreht hätte nach da... ...hätte man das gar nicht gesehen. Ich spüre heute tot sein hier. Was ist das? Was ist denn hier? Jetzt ist der Skump-Anschluss. Ich raste aus. Kriege ich jetzt endlich den Skump-Anschluss? Aber ich laufe nicht nur mal zurück zu der Eintruhe extra. Das war aber schon was wichtiges. Wenn man das jetzt erst kriegt. Ne. Und? Nein, hacken. Wie die 1 kann, beschädigt die Sicherheits-Troiden der KX-Modellreihe. Kontrolliert. Vertrieben. Na gut. Achso, da waren wir voll. Komm. Ach, guck mal. Hier können wir wohl uns hinshocken. Ah. Stimmt, wir haben einen Punkt. Ne, ich will zwei. Ich will sammeln zwei. Oder so. Kann man was anderes, was krasseres holen. Oh, mein Freund. Oh, na. Und jetzt? Nicht richtig, doch theoretisch. Schon, oder? Wir wollen... Ich glaube, ich bin falsch. Die ferne Herausforderung, Jedi. Ich werde dich fliegen, Jedi. Hätt dich. Hättest du mich nicht? Hm? Ich bin irgendwo komplett falsch gelaufen. Jetzt bin ich wieder vorne. Oder muss ich einfach wieder raus? Ach stimmt, hier komme ich ja hin ins Gefängnis. Bin ich wieder zurück? Ich muss hier einfach rauslaufen. Ich bin schon richtig. Aber halt, Orientierung ist noch. Entschuldigung. Irgendwann. Nicht überhaupt wieder eins. Also, ich gehe wieder raus. Genau, wir wollten ja hier ins Gefängnis rein. Genau, hier stimmt ja. Hier geht aber nichts, ne? Und du? Also, ich dachte nicht, dass ich den hitten kann. Ich sehe es, man. Okay. Imperialer Astromechtruide. Das galaktische Imperium setzte auf seinen Schiffen eine breite Palette von Astromechtruiden ein, die auch als Astro-Truiden bekannt waren. Die Droiden wurden für routinemäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten ebenso eingesetzt wie für komplexe Navigationsoperationen, strategische Logistik und zur Datenverarbeitung. Und der Astro-Truiden ist cooler. Ich meine, Schwarz hat schon Style, aber da fehlen so ein paar coole rote Elemente oder so, dass das was hermacht. Nein, da war ich doch, oder? Ne, da wollte ich lang. Oh, ist das nicht was für meine? Ne, das kann ich jetzt nicht. Ja, ja. Wo wollten wir? Wir sind da rein. Waren wir hier? Ne, oder? Ne, scheinbar noch nicht. Was gibt's hier? Krass. Musik. Ja, versteckte Wookies, was er gerade gesagt hat. Hier haben wir tausend Wege. Oh nein, hier bin ich runtergehüpft. Achso. Jetzt nur mein Weg zurück. Okay, okay. Ich hab nicht die beste Orientierung, muss ich einfach sagen. Nochmal kurz. Haben wir jetzt zwei, oder haben wir... Nein, nein, Entschuldigung. Oh, wenn ich, warte, wenn ich mich ausruhe, Entschuldigung, ich muss mich gerade nur mal hinsetzen. Na, dann die sind hier zurück. Die... Ja, okay. Ja, auch Stimpack, die Heilungsdinger halt. Okay, wir gehen zurück. Und klopfen wir uns mit... Voilà. Klopfen wir uns mit unseren Lieblingsgegnern. Abmarsch. Abmarsch. Mensch, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich lang muss. Oh, was ist denn hier noch? Ah. Was denn hier Schönes passiert? Aus Echos. Ein Toter. Das war so. Er ist gnadenloser, als ich dachte. Hm. Nicht da, aber wieder zurückspringen. Nein. Okay, was tue ich dann? Muss ich mich erst hinhängen? Bin ich hier falsch? Hätte ich nicht runterhüpfen müssen? Ich bin gerade echt nicht, wo ich hingehen soll. Ich habe so das Gefühl, ich bin falsch. Dann denke ich wieder, oh, ich bin ja richtig. Okay. Hier haben wir doch gesagt, sie gehen da lang und ich gehe woanders lang. Aber da wollten wir ja schon zum Gefängnis. Also muss ich zurück. Oh. Zurück in den Abgrund. Muss, will, taucht zurück. Ist das da unten was? Ne, da falle ich auch nur hin, oder? Ich denke mal, da falle ich nur runter. Ähm. Ich versuche es jetzt mal. Das wollte ich nicht versuchen. Kann ich mich nicht hier fallen lassen? Ich verstehe gerade nicht, wo ich hin soll. Das ist auch nichts, ne? Nein. Ich bin einfach reingefallen. Ah, reingefallen. Ich verstehe es nicht. Das wackeln lassen kann ich auch nicht. Echt leid. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier... E... E-wo machen mag. Ich dachte, ich wäre hier richtig, aber... Kann ich irgendwo gucken, wo ich hin muss? Nein. Hä? Doch, warte mal. Freie, die Wookies... Ich war noch nicht fertig. Wo ist das? Wo soll ich hin? Hauptzähl, unerkundet. Ich... Verstehe ich das? Ich verstehe das nicht. Es gibt natürlich nicht sowas wie von wegen, hey, ich kann mit dem Teleport-Ding weiter... Nee, ich muss ja... Ich bin doch komplett falsch gelaufen. Es war da, wo vorhin... Wo die Wookies raus sind, wo wir durch sind. Und ich bin nochmal umgedreht. Oh, ist das ätzend jetzt. Tut mir leid, ich mach so schnell, ich kann. Aber gibt's da jetzt irgendwie eine Abkürzung? Die ich nehmen kann? Wie schnell ich... Die ich in der erhöhte Position... Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich bin nicht... Hm, das greift ganz gut. Aber hier komm ich... Wo ist denn denn die Ab... Oh, komm. Ich bin Feigling. Ich bin Feigling. Ich bin nicht verloren. Komm her, Junge. Guck mal. Mach ihn fertig. Einfach einer an der Seite. Komm schon, auf ihn. Ich werde dir nicht unterlegen. Ach, nicht der schon wieder? Ich komm hier auch nicht zurück, oder? Ich komm hier auch nicht zurück, oder? Na doch, es war eine Abkürzung. Ups, jetzt war wahrscheinlich zu. Okay, okay. Ich bin auf der anderen Seite. Jetzt? Ja, hab ich die befreit. Hier geht die Musik wieder los. Ich weiß grad nicht, wo ich lang soll. Hier hab ich die befreit. Die sind hier raus. Und dann? Und dann? Ah. Da geht's weiter. Oh, Mann. Das ist ja richtig. Ich renne da in der Gegend rum. Ich geb auf. Ich geb sowas von auf. Du hast da vorn. Es ist nicht weit. Hm. Hab ich nicht hoch. Ah. Ich bin auf. Ich werde seine Verteidigung durchsprechen. Lauter. Gibt mir jetzt einen Weg, oder was soll ich machen? Wir bringen sie zu uns. Weiter. die standen gerade eben kommt er da nicht hin Ja, die sind halt denn sonst darunter angewiesen. Okay. Schauen wir mal rein damit jetzt. Ist ja wohl nicht unser Schröder, wenn doch dann... Hä, was war das? Schröder-Traum oder was? Seh ich noch mal? Reicht mir ja gar nicht. Hä? Ach so. Ich hab's geschnallt, ich hab's geschnallt. Ich bin halt nicht mehr, ich muss ein bisschen überlegen. Also, also, das war jetzt aber traurig. Das hab ich schon besser gesehen. Äh, äh. Wo auch immer er jetzt gerade ist, hinter den Gittern oder was? Hä? 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 Was wär's, gell? Was ist das? Da auch ein Wookies drin. Sehr schön. Wie ist das? Was hast du? Raffineriezellen. Bei dieser Raffinerie geht es allein um Erträge, nicht um die Behaglichkeit oder Sicherheit der Gefangenen. Ich glaub, bei den allerwenigsten Gefangenen ist den, äh, also ne, an Behaglichkeit oder Sicherheit gelegen den anderen. Die ineinandergeketteten Wookie-Arbeiter haben keinerlei Privatsphäre und sind häufig mit Schmutz und gefährlichen industriellen Nebenprodukten entdeckt. Hm, das glaub ich gern. Verwundern sich gar nicht, dass hier jemand langkommt. Ach, da. Wir brauchen die Wookies, um es zu beenden. Beeilung! Sie kriegen Versterkung! Beeilung! Los, los, los! Upsa! Kehrt rum. Was? Den kann ich nicht hin? Na gut. Was für ein Abkürzer? Jetzt bin ich doch bei den Zellen, wo ich hinwollte. Oh. Okay, wir machen erstmal... Feuern und vorrücken! Oh nein! Oh nein! Erinnert sich nicht, dass hier... Oh, was geht? Was? Oh, was? Ich hab'n Freund! Ich hab'n Freund in meinem Indien. Okay, ich werd' meine Freunde rausholen, oder werd' ich die Wookies? Freilassen, oder? Ich hab' die Wookies. Gute Arbeit! Die Wookies sind frei! Auf, aufs Dach! Hm? Welcher sagt das? Weil die Wookies... Geschafft... Erreicht die... Jetzt? Ja, neues Ziel zur Holo-Karte, das ist okay. Und Abmarsch. Oh. Du taust' genau um. Geht's einfach nach unten. Oh. Woin! 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 Also nächstes Mal zuerst den Kampf zu regeln... ...dann macht er natürlich die Hand. Oh! Oh, wenn's schon raus. Hier geht's wahrscheinlich wieder nicht auf. Doch! Wo sind wir denn jetzt wieder? Ist ja verrückt. Hier oben. Jammerwitzig. Drei Punkte. Ich hätte auch gerne noch Leben. Geht eigentlich, was ist das hier? Das brauche ich nicht. Was ist das? Hältst du verlangsam? Kann alle in seinem Umweltfeld verlangsamen. Das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ich muss es festhalten, aber trotzdem. Ausruhen. Das kostet ja nichts. Und weitergehen. So. Jetzt haben wir noch das Eingemachte. Ja. Kannst du überladen. Dann. Okay, das hat er einfach einmal überladen. Das ist das, was Stuhl brauchte. Okay. Gehen, stehen. Okay. Wo wir vorhin waren, wo er sagt, jetzt Strom. Okay. Und jetzt? Hat das hier Strom? Das hier? Oh, was? Sorry. Oh, was? Oh, wer bin ich und hauen wieder nicht an. So krägen. Okay. Also, hauen wir den? Oha, nein, wir hauen hier um, was war ich? Oha, pfff! Los, BD1! Kann der mir helfen? Oha, oha! Komm, guck mal, wer denn... Oh, was sehe ich in BD1 an? Sieger ein Gegner mit einem Ecken-Truiden. Oha, das war der Erfolg. Okay, was machen wir jetzt? Schönes, wir wollen weiter wahrscheinlich. Nein, wir brauchen den Bündschutz noch ein bisschen. Ist das richtig oder sollen wir weitergehen? Ich weiß nicht. Wie macht er das? Ich bin schief. Okay. Gucken wir mal, ob wir da durch könnten. Vielleicht nicht mal erst die Leute plattieren. Wir dürfen da erst gehen. Bereit machen! Hm? Hm? Geht nicht. Wir haben zu wenig Feuerkraft für den Rumpf! In rechnenmボid! Woid er noch so weiter denn schon hauen? Oha, ja, direkt die Beine. Oh nein, äh, Rollrollrollrollroll, die haben. die ganze Zeit Granaten fallen, dann kannst du das lassen. Hallo? Bitte, ich will sterben. Gleich, ich will gleich, komm her. Schützen. Kommen da noch die raus, so wie letztes Mal? Oh. Was geht jetzt? Schwarzbild? Spielst du jetzt ab? Nein. Bodgy. Alle mal zuhören! Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren. Freunde. Familie. An das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache. Ja. Die Jedi sind noch nicht verloren. Irgendwann, die Person ist noch nicht verloren.